Wüstling! Wir entfachen Ihre Initiative und führen Sie zu einem höheren Bewusstsein. Meine hat mich im Po gekniffen. Das ist nur eine Phase Ihrer Entwicklung. Was tut man nicht alles wegen der fehlenden Handwerker? Ja. Willst du immer noch gehen? Glaub und glauben, was wir erleben, der Abend ist heiß. Hat es sowas schon mal gegeben, der Abend ist heiß. Nie hat das Glück sich so viel getraut, nie ging es uns so unter die Haut. Heute schlägt das Herz wie ein Hammer, der Puls wie ein Trammer. Es wäre ein Glammer, wäre es nur Fantasie. So ein Zauber ist nicht alltäglich. Der Abend ist heiß. Ihn zu bremsen ist gar nicht möglich. Der Abend ist heiß. Nie hat das Glück uns so überrascht. Nie haben wir uns selber gekannt. Heute schlägt das Herz wie ein Hammer, der Puls wie ein Trammer. Es wäre ein Jammer, bist du Fantasie. Komm in die Nacht, ich schenk dir einen Tram. Er ist geheimnisvoll, doch er ist wahr, ein Tram. Er ist geheimnisvoll, doch er ist geheimnisvoll, doch er ist geheimnisvoll. Ich liebe dich, siehst du den Mund, ich schenk dir seinen Glanz. Weil ich so glücklich bin und weil ich weiß, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Blutisala. Also was ist denn? Geht's weiter? Kaum zu glauben, was wir erleben, der Arbitis heißt, hat es sowas schon mal gegeben? Der Arbitis heißt, nie hat das Glück sich so viel getraut, nie ging es uns so unter die Haut. Heute schlägt das Herz wie ein Hammer, der Puls wie ein Trammer. Es wär ein Hammer, es wär ein Hammer, wär's nur Fantasie. Aber wir sehen doch und hören doch und fühlen doch und sind ganz wach. Sitze der Teufel auf dem Dach. Prost!